Heute stelle ich euch behindert, aber glücklich vor. Berlin bietet auf ihrem Kanal einen bunten und interessanten Einblick in das Leben einer Mitzwanzigerin in Deutschland. Egal ob es um Konzerte, Tattoos, Liebe oder Prothesen geht. Berlin ist ein Powerhouse mit Charme und Humor. Und die anderthalb fehlenden Unterschenkel? Merkt man nach dem zweiten Video überhaupt nicht mehr. Ihr findet Berlin auf YouTube, Instagram und Twitter. Reinschauen lohnt sich!